Sie hören. Shadowcross. Episode 4. Daddy. Geschrieben von Lilith Korn. Gelesen von Martin Cooper, Pia Rohnersachse und Max Hoffmann. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Zack. Irgendetwas stimmte definitiv nicht. Aber Zack war fest entschlossen, die Wahrheit aus Riley herauszuschütteln. Sich so aufzuregen wegen irgendwelcher Hirngespinster anderer und innerlich dicht zu machen, das war nicht seine Art. Nachdem Zack seinen Bruder Chase bei einem Freund abgesetzt hatte – irgendwer musste es ja tun – machte er sich sofort zu Riley auf. Er würde direkt zum Frühstück bei ihm reinschneiden. Vielleicht hatte er Glück und Rileys Mom bereitete etwas zu. Nirgendwo schmeckten die Pancakes besser als bei ihr. Zack klingelte und streckte dabei die Nase in die Luft, voller Hoffnung, Ahornsirup zu erschnüffeln. Leider roch er ein gar nichts. Enttäuscht ließ er die Schultern hängen. Er trommelte ungeduldig mit den Fingern gegen den Türrahmen. »Herr Gott noch mal, ich komm ja schon«, brummte es von innen. Allem Anschein nach hatte Mr. Hunter schlechte Laune. Spätestens als dieser die Tür aufriss und Zack anstarrte, bestätigte sich das. »Herr«, knurrte Rileys Dad. Verwirrt räusperte sich Zack. Sonst bat Mr. Hunter ihn immer direkt ins Haus. Es war ungewohnt, erst fragen zu müssen. »Ich wollte zu Rileys. Ist er da?« Mr. Hunter musterte ihn kurz. Er einen Schritt beiseite ging und hineindeutete. »Er ist oben.« »Danke.« Zack huschte an ihm vorbei. Als er Mr. Hunters Blick nicht mehr im Nacken spürte, war er richtiggehend erleichtert. Erst verhielt sich Riley so komisch, dann sein Dad. War jetzt die ganze Familie verrückt geworden? Das Summen, das aus dem Badezimmer kam, war zwar nicht ungewöhnlich, unterstrich diese These im Augenblick jedoch. Es entlockte ihm ein Kichern. Und das, obwohl er genau genommen nicht gut drauf war. Joe Davis, einer der Köpfe der berühmt-berüchtigten Redwater Riders, erwartete noch Zahlungen von ihm. Zack hatte das Gegenteil von dem erreicht, was er ursprünglich gewollt hatte. Statt Geld für die Familie, vor allem für Chase zusammenzukratzen, hatte er nun alle Hände voll zu tun, die Schulden bei den Davies abzuarbeiten. Wenn er nur an Percy und Joe dachte, wurde ihm ganz flau in der Magengegend. Er seufzte und verjagte die trüben Gedanken. Er würde sich später damit beschäftigen. Erst musste er das Geheimnis seines Freundes lüften. Das war hoffentlich einfacher. Vor Rileys Zimmertür gönnte sich Zack den Spaß, erst einmal zu lauschen. Möglicherweise konnte er Riley bei irgendetwas erschrecken. Zu hören war nichts, deshalb spähte er durch das Schlüsselloch. Er sah lediglich eine Ecke des Bettes, aus dem ein nackter Fuß hing. Riley schlief also noch. Zack holte tief Luft und legte seine Hand auf die kalte Klinke. Genau in diesem Moment machte es leise Buh hinter ihm und er wirbelte erschrocken herum. Mr. Hunter stand im Flur, ein schräges Lächeln auf den Lippen. »Lass dich von mir nicht stören beim Spionieren«, sagte er. »Ich muss nur eben was aus dem Gästebad holen.« Ohne ein weiteres Wort lief er weiter und Zack sei im Verwett hinterher. Offenbar war die schlechte Laune von Rileys Dad gewichen, als hätte man sie wie eine Decke am Morgen weggerissen. Zack zuckte die Schultern und drehte sich herum. Mit einem Ruck riss er die Tür auf, hüpfte ins Zimmer und rief »Guten Morgen«. Eine Katze sprang von Rileys Kissen auf dessen Schoß und machte einen Buckel. Dann legte sie sich langsam und königlich grazil in eine Position, von der aus sie Zack anstarren konnte. Rileys fuhr hoch, blinzelte verwirrt und ließ sich zurück ins Kissen sinken, als er den unerwarteten Besuch erkannte. »Spinnst du?« murmelte er verschlafen und rieb sich die Augen. »Das war quasi eine Erschreckenkettenreaktion«, dachte Zack und grinste. »Seit wann hast du die denn?«, fragte er. Skeptisch beäugte er das schwarze Tier, und entdeckte eine Kette mit dem Totenkopf-Anhänger. »Ist die Ossi Osborn entlaufen oder was?« Rileys stöhnte, ehe er sich langsam aufrichtete und dabei offenkundig aufpasste, dass er nicht so stark wackelte. Sein Blick huschte zum wiederholten Male zu der Katze, die bei jeder Bewegung die Ohren anlegte und vorwurfsvoll schaute. »Nein, das heißt keine Ahnung, ich hab sie erst seit gestern, ist mir sozusagen zugelaufen.« »Ach so?« Zack grübelte, zu wem sie gehören konnte. »So viele Katzen gab es in Redwater nicht, schon gar keine Herrenlosen.« »Was meinst du mit so zu sagen? Hast du ihr wenigstens einen vorläufigen Namen gegeben?« Er sah förmlich, wie Riley mit jeder Sekunde wacher wurde und sein Hirn ratterte. »Schnitzel.« »Schnitzel?«, echote Zack. »Was ist denn das für ein Name?« Riley gähnte und strich dem Tier über das Köpfchen. Genüsslich schmiegte es sich in seine Handfläche. »Weißt du, sie kam in gewisser Weise pünktlich, genau im richtigen Moment. Wie ein Deutscher. Und Deutsche essen doch gerne Schnitzel.« Zack kicherte. »Die Idee hätte von mir sein können. Gefällt mir. Obwohl ich sie wohl Schnitzelin oder Schnitzeline genannt hätte. Ist doch eine Sie, oder?« »Wieso kam sie denn zum richtigen Zeitpunkt? Ist es erzögerte?« »Wegen Abby?« »Nee, ach, nur so.« Zack seufzte. »Würde Riley ihm all die offenen Fragen irgendwann beantworten? Oder wenigstens eine oder zwei davon?« Vorsichtig ging er einen Schritt näher und hob die Hand, um Schnitzel ebenfalls zu streicheln. Sie ließ es sich gefallen und schnurrte sogar. »Was ist eigentlich mit deinem Alten los? Der war eben total komisch. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich behaupten, ihr habt alle nen Virus.« Riley runzelte die Stirn. »Wieso?« Vorsichtig schwang er die Beine aus dem Bett und stöhnte, als er die Füße auf den Boden setzte. Schnitzel hatte offenbar genug von den menschlichen Erdbeben und flitzte beleidigt aus dem Zimmer. »Was ist mit deinem Bein los?«, stellte Zack die gefühlt hundertste Frage, anstatt zu antworten. Er würde einfach so lange weiterfragen, bis Riley endlich irgendetwas herausröpft. Dann habe ich.»